Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal auf der Karte Ellerbach zu unserem neuen Projekt. Wir wollen bei Null anfangen und uns dann Stück für Stück hocharbeiten. Ich habe heute den Walle dabei. Der Martin wird vielleicht auch noch dazu stoßen. Und ja, dann wünsche ich uns heute viel Spaß mit eurem... Gut, fangen wir mal an, Walle. Also wir haben hier unsere schönen Autos. Wir haben sonst nichts. Ihr seht es auf unserem Kontostand. Wir haben 250 Euro und jeder ein Auto. Das rote ist von Michi. Das Klaus ist in diesem Fall von mir. Und jetzt geht es los. Richtig. Ich würde sagen, dafür fahren wir erstmal zum Shop, weil da müssen wir sowieso hin. Der ist hier oben an Feld 32. Ich fahr die hinterher, Walle. Moment. Moment. So, jetzt geht es los. War ja nicht zu schnell. War ja fast drauf. Ist ja fast wie beim ETS. Das ist so typisch. Fahr bloß nicht zu schnell. Ups. Aber die fahren eh nicht so schnell. Die fahren nur 50, glaube ich. Nein, 115 kann man noch. Achso, das war, weil ich gerade eben den Anhänger dran hatte, dass ich nicht so schnell fahren konnte. Wo hast du denn eigentlich hingestellt? Hat ich wieder verkauft. Wir wollten ja nur probieren, ob der... Achso. Ob der Käfer auf mir passt. Aber sieht das auf jeden Fall schon mal ein kleiner Spoiler. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich habe Michis Auto mit dem Anhänger hier über die Map kutschiert. Das war cool, ja. So. Wau mal, jetzt habe ich die Karte komplett ausgemacht hier. So, besser. Ich habe sie komplett aus. Aus ist schön fürs Aufnehmen. Ja, ich muss ja zumindest ein bisschen navigieren. Aber ihr seht ja auch schon mal die schöne Landschaft der Karte. Die Felder sind relativ klein. Wir haben so eine Durchschnittsgröße von einem Hektar. Das größte Feld sind, glaube ich, 2,6 Hektar. Und wir werden hier eher mit kleinen Maschinen arbeiten, weil die Felder dafür einfach nicht ausgelegt sind für große Maschinen. Ups. Ich habe wieder einen Zaun. Das habe ich jetzt zum Glück nicht gesehen. Die Straßen sind auch nicht ausgelegt großartig für große Maschinen. Nee, und die ganze Map ja auch nicht. Und auch unser Projekt, sage ich mal, ist es ja auch nicht. Ja. Weil wir uns ja wirklich alles, was wir brauchen, selber erarbeiten müssen. Und wir spielen mit Seasons. Das heißt, Geld verdienen dauert auch noch ein bisschen länger. Was wolltest du sagen? Ja, wir zum Verkehr wieder anmachen. Den haben wir jetzt immer ausgemacht wegen Dings. Stimmt, ich mache ihn wieder an. Hoffentlich funktioniert er. Ja, ist klar. Kommt doch schon der Erste. Kommt zumindest schon mal Herr Müller vorbei. Frau Wagner. Ja, hier auf dem Dorf. Da kennt man sich. Auch wenn wir gerade erst aus Brasilien hier angekommen sind, wie man an unseren Kennzeichen sieht. Warte mal. Gucken, ob ich hier drauf scrollen kann. San Paolo. Oh. Oh, hier ist der Händler. Und ohne zu blinken, biegt er ab. Ja, ich habe die Ausfahrt verpasst. Oh, ich habe keinen. Ach, wir haben ja noch keinen. Also wir versuchen hier möglichst realistisch zu spielen. Wir haben schon einige Mods drauf. Da kommen aber noch mehr hinzu. Jetzt ein paar sind mir noch eingefallen, die uns noch fehlen. Die sind jetzt schon hochgeladen. Und wenn wir mit der Zeit merken, dass uns irgendwas fehlt oder wir können uns auch gerne Mod-Vorschläge machen für Fahrzeuge, die wir hier benutzen sollen. Und wenn wir mit der Zeit, wenn wir irgendwas brauchen, werden wir uns dann damit auseinandersetzen. Und dann gegebenenfalls noch Mods hochladen dafür. Ja, aber die Mods bitte kleine Fahrzeuge, nicht zu große. Genau, aber alles andere können wir ja auch dann aussortieren. Ja, das stimmt auch. Genau. So, also, da wir ja noch kein Geld haben, um Düngemissionen zu machen, was jetzt der schnellste Weg wäre, um Geld zu verdienen, müssen wir jetzt erstmal mit Groban und Flügen anfangen. So. Ja, Transport kann man auch noch nicht machen. Ich würde sagen, wir nehmen jeder eine Mission an, wo Maschinen dabei sind. Also Geräte ausleihen und dann arbeiten wir aber zu zweit die Mission ab. Oder was meinst du? Dass wir zusammen, sagen wir jetzt anfangen mit Groban und dass wir beide Groban können. Genau. Dann fangen wir zu zweit die Felder ab. Ja. Wollen wir gleich die ersten nehmen. Feld 1, Feld 2. Äh, 1 und 4. Also den Trecker von Feld 1, den nehme ich nicht. Den kannst du gerne nehmen, wenn du den haben willst. Okay. Also ich würde eher... Feld 5 und 6 zum Beispiel, die haben beide den gleichen Schlepper, aber das ist auch blöd, wenn wir bei uns. Beide den gleichen Namen haben. Nein, nein, aber Feld 4 hat den Glas. Achso, das sind alles Glas. Also... Feld 11 hat einen Waltra. Feld 11 ist New Holland. Ach, New Holland, ja. Aber Feld 16 hat den Waltra. Den wollte ich jetzt nämlich nehmen. Ja, so rum. Von Feld 16, den würde ich jetzt nehmen. Oder wolltest du den, den Waltra? Nö. Such dir einfach einen aus, den du haben willst. Nimm ich jetzt... Aber der Arion ist auch schön. Wie sind das eigentlich unterschiedliche Gruppermaschinen? Aber wir haben beide 3 Meter Arbeitsbreite. Welchen nimmst du jetzt? Ich nehme jetzt Feld 5. Das ist dasselbe Gruppermaschinen hinten dran. So, jetzt müssen unsere Maschinen hier hinten stehen. Sollen auch die Maschinen jetzt ausgeliehen, Michi? Nee, scheiße. Ich de-hilfe mir. Warte, ich deaktiviere. Ich hatte die 5, gell? Ist doch egal. Das ist jetzt eh weg. Ja stimmt, du hattest die 5, genau. Aber warte mal, da lasse ich den drinne. Und den können wir ja dann noch zusätzlich zusammen machen. Ja genau, doch stimmt. Dann nehme ich einen anderen. Also ich habe jetzt Feld 16 gehabt, genau. Mal aufschreiben. Ich weiß mal, dass wir versehen, die die Maschine gleich abgeben. Dann nehme ich jetzt Gerät ausleihen. Dann nehme ich jetzt die 6 noch. Und du hast jetzt die 6. Da hast du den Glas, ne? Genau. So, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Und die 5 machen wir dann eh dann zusammen noch. Da habe ich jetzt kein Fahrzeug ausgeliehen. Oh, du hast gar kein Gewicht dabei für deinen Schlepper. Das wird bestimmt lustig zu fahren. Bestimmt. Oder weil kein Platz hier war. Ne, da war keins bei. Wurde dir auch keins angezeigt. Achso, ja. Aber bei der 5 war eins mit dabei. Sonst musst du vielleicht nochmal einen anderen Vertrag nehmen. Ich schaue gerade mal mit. Lass jetzt, vielleicht klappt es. Werden wir sehen. Entweder das geht oder es geht nicht. Das ist ein coolen Flug. Achso, wir haben ja manuell hier. Sonst wäre bei Feld 69, da hättest du ein Gewicht dabei. Der gleiche Schlepper und der gleiche Grober wie ich und noch ein Gewicht. Das passt schon. Ich probiere es einfach. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, du siehst es ja jetzt, wenn du versuchst zu fahren. Geht gut. Bin schwer genug. Wo wollen wir anfangen? Äh, wo müssen wir denn jetzt anfangen? Ach, die Kontroller funktioniert nicht richtig. Ach, das ist ja direkt hier vorne. Dann fahren wir erstmal zu Feld 5 und 6, würde ich sagen. Feld 6, dann Feld 5 und Feld 16 ist unten. Jo. Erstmal Feld 6. Jawohl. Hörst du vor? Warte, ich muss die Karte mal anmachen. Die ist nämlich bei mir deaktiviert. Und vielleicht seht ihr es schon. Ich habe den GPS-Mod ein bisschen umgeschrieben. Und zwar sind jetzt in unseren ausgeliehenen Fahrzeugen hier das GPS standardmäßig eingebaut. Was uns die Arbeit jetzt ein bisschen erleichtert, sage ich mal. Gerade wenn man mit zwei Leuten auf dem gleichen Feld arbeitet, ist das halt schön. Wenn beide mit dem gleichen GPS-Kurs fahren können. Den muss Walle einstellen, ich bin zu blöd dafür. Ja, ich stelle den ein, speichere den ab, dann musst du den nur laden und loslegen. Oh, mein Lenkrad lenkt ein bisschen. So, dann sind wir ja schon. Ja, bei mir am Lenkrad habe ich auch eine beteilte Lenkverzögerung drin. Ja, die kannst du ja ausstellen. Eine vierte Umdrehung habe ich da. Ja, die kann man ja ausstellen. Das ist voll scheiße. Das ist das Spiel halt, mach das halt standardmäßig. So, breite drei Meter, das passt. Kurs auf 90 Grad. Passt perfekt. So, ich speichere den ab als Feld 6. So, ist abgespeichert. Dann geht's los. Äh, Moment. Ich warte. Ich weiß nicht mehr, wie ich mein GPS anmache. IC. Ich muss einmal kurz in die Tastenbelegung. Warte, ich fahre erstmal los. Grober senken, ja. Dann. GPS. So, und los geht's. Und jetzt guck ich mal die Tastenbelegung. War so ein Kurs schon geladen? Feld 6. Ach hier, so einfach war's. Ach du, du willst. Aha. Das Gerät erst ausklappen. Ich bin gerade am überlegen, wie ich's anmache. Ich hab's vergessen. Was denn das? GPS? Ja. Alt C. Alt C, na. Und dann Steuerung S. Urführung an. Linie an. Ich muss die Linien anzeigen lassen. Und dann muss ich auf die zweite Seite gehen und den Feldkurs anklicken. Genau. Okay, leicht verdrehen. Und eigentlich nur ein Tempomat rein. Sauber. Meine Güte, ist das lange her. Mit GPS. Ja, erstmal wieder reinfuchsen. Ja, passt aber. Kriegst du schon hin. Ich hab da vollstes Vertrauen. Wo ist denn der Welle? Fährst du vor Gewände? Ja. Kannst du doch eigentlich schön hoch und runter fahren. Ja, aber ich fahr trotzdem vorne vor Gewände. Dann müssen ja... Da fährst du vor Gewände. Ich fahr jetzt nochmal. Ich fahr nur die Kopfseiten. Drei Bahnen. Damit wir nicht bis auf die Straße fahren müssen. Oder so wie du gerade. Du hast deinen Grobe ja schon auf der Straße abgesenkt. Da freut sich die Autobahnmeisterei. Habe ich mit, was hat's drin, ne? Eigentlich nicht. Hm, sieht irgendwie noch versetzt aus. Ich glaube, du hast GPS gar nicht aktiviert. Doch, ich fahre per GPS. Ich hab die Linien sogar drin. Ja, das passt genau. Warte mal kurz, welchen Grobe hast du? Du hast... Oh mein Gott. Du hast den... Guck mal kurz, was draufsteht an der Seite. Den von Kuhn, ne? Kuhnimack. Nee. Warte, ich hab den... Ich hab den von Kuhn. Und du hast den von... Ach, du hast den von Rauch. Aber die haben trotzdem... Die haben beide drei Meter. Also, muss genau passen. In den Verband Trecker fahren. Geil, wa? Wie lange ist er? Das macht immer mehr Spaß. Ey. Du musst gucken, wo du hinfährst, Kamerad. Garten. Ach, sind nicht unsere Fahrzeuge. Nein, wir versuchen eigentlich... So realistisch zu spielen, wie geht. Also, da fangen wir dann in der nächsten Folge mit an. Jetzt erstmal wieder zum Reinkommen. Nicht böse sein. Genau. So, ich pflüge mal gleich den Feldweg mit. Sehr gut. Rundsützliche Anbaufläche. Silo Mais. Silo Mais. Ja, erstmal müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Das werden dann irgendwann Ziele, wo wir drauf hinarbeiten können. Und das dauert, bis wir da sind. Aber wenn ich mir die Beträge angucke, die wir hier kriegen, das ist schon heftig. Ja, die Felder sind ja auch sehr klein, ne? Ja. Aber der Vorteil ist ja, wir arbeiten mit kleinen Maschinen. Die kosten auch nicht so viel Geld. Das stimmt. Aber bringen natürlich auch nicht so viel Ertrag. Aber wir haben uns schon einiges überlegt. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Was da noch so kommt. Auf alle Fälle. Oh, hab ich was vergessen. Hab zu früh hochgehoben. Da muss ich dann nochmal drüber. Und wir werden hier auch nicht so, wie das vielleicht bei anderen Projekten von Michi ist, jede Spielminute im Video zeigen. Sondern wir werden auch mal zwischen den Folgen ein bisschen weiterspielen. Das wird ja sonst auch für euch zu langweilig. Wenn wir die ganze Zeit jetzt stundenlang, also über mehrere Folgen hinweg, die ganze Zeit nur das Gleiche machen. Und deswegen, wenn es was Interessantes zu zeigen gibt, dann machen wir das in einem Video. Wir haben uns auch überlegt, dass wir vielleicht Livestreamen wollen von dem Projekt. Das kommt dann darauf an, wie das bei euch ankommt. Und ob das dann auch von Leuten angeschaut wird. Und das sind so Sachen, die wir dann geplant haben. Je nachdem, wie es halt läuft. Super gesagt, Walle. Habe ich nichts mehr dem hinzuzufügen? Nichts mehr hinzuzufügen? Nein. Sprachlos bist du. Ich träge gerade Däumchen im Trecker. Radio anmachen. Das könnte ich eigentlich mal machen. Ich weiß gar nicht. Das ist eine schlechte Idee. Dann fange ich wieder an mitzusingen. Na wieso? Nee, ich bin halt nur am überlegen. Du musst halt nur aufpassen, dass ich kein Internetradio anmache. Bei dir ist es halt schwierig. Warum? Das ist immer ein bisschen eintönig, wenn da keine Musik. Aber ich dachte mal, wenn ich das Internetradio nicht anmache, müsste es gehen. Das von Giants das Standard abspielen lassen. Das dürfte er ja machen. Da dürfte es ja keine Probleme geben. Aber wir sind ja eigentlich auch hier in der Aufnahme miteinander zu reden. Und nicht um uns Radio auf die Ohren mal anzulassen. Ich habe das doch eh leise. Nein, ich weiß. Aber dann hören wir am Ende noch auf zu reden. Ach so, weil wir nur Musik hören. Weil wir auf die Musik achten, genau. So. Boah, ich habe ewig in meinem letzten Moment so kleinen Maschinen gearbeitet. Ja, ist doch alle, da fährt er. Macht aber Spaß. Wie lange brauchst denn du? Hm? Ich habe Betritte vom Feld schon alleine gemacht. Ey, ich habe die vorgewendete Bahn gezogen. Ich weiß doch. Bisschen Spaß muss sein. Außerdem habe ich bei dir drüben auf der Seite auch noch ein paar Bahnen gefahren. Der Tobi müsste mit dabei sein. Der singt immer so schön. Der wird sich in drei Meter grober an 1050er Fan dranhängen. Ja. Auf Pflegeüberreifung. Ich weiß gar nicht, ob Tobi mich noch verfolgt auf YouTube. Müsste ich ihn mal fragen. Wir werden es ja erfahren. Tobi, wenn du uns zuguckst, melde dich gerne mal. Ja, ein Däumchen nach oben dalassen und schreibe in den Kommentar, ob du das gesehen hast oder nicht. Vorausgesetzt, du hast deine Däumchen noch und hast sie nicht wieder mit dem Hammer draufgehauen. Ey, nicht so gemein, Waller. Ey, das war nicht gemein. Das war besorgt. Okay. Ich habe mir zuletzt so oft auf die Finger gehauen. Was hast du denn, wird da gemacht? Ja, auf Arbeit. Zwischenzeitlich mehr Pflaster als Fingernägel an den Händen gehabt. So war passiert schon mal. So schlimm. Nein. Bisschen überspitzt dargestellt. Aber so ist das. Hast du, dass der einsinkt im Boden mit dabei? Bitte? Dass der einsinkt im Boden hast. Den Reamod, den haben wir jetzt noch nicht mit drauf. Den haben wir noch nicht mit dabei. Das würde ich mal offscreen dann testen. Ja. Inwieweit der funktioniert, weil der ist ja schon recht stark. Und gerade wenn wir nur mit kleinen Maschinen arbeiten. Na, dann brauchst du wieder auf wesentlich größere Maschinen. Ja, das nicht unbedingt. Aber es dauert halt länger alles. Noch länger, als es so schon dauert. Braucht ja jetzt schon lange. Genau. Vielleicht kann man den mal mit reinnehmen dann. Aber jetzt für den Anfang würde ich ihn wahrscheinlich eher rauslassen. Mhm. Jetzt müssen wir so mit der letzte Bahn kloppen. Hey, ich fahre hier den Außenrand nochmal. Kannst ruhig die letzte Bahn machen. Und rechts außen ist noch ein bisschen. Aber wie viele Minuten sind wir? Und bei 19. Ich würde es jetzt trotzdem noch fertig machen. Ja, klar. Bei, nee, bei oben ist fertig. Die Mission jetzt noch zu Ende. Nein, ja. Dann können wir die Folge beenden. Das war jetzt nicht so gemeint, Waller. Ich meinte das jetzt mit... Achso, weil die Mission abgeschlossen ist. Das ist die Mission, dass wir das Feld jetzt noch fertig machen. So war das gemeint. Wir arbeiten vernünftig. Zack. Fertig. Bist schneller wie ich. Mit wie viel Kammh bist du im Schnitt gefahren? Keine Ahnung. War nämlich 13. Habe ich jetzt nicht drauf beachtet. Ich kann gar mal gucken. 15. Wärst du schneller wie ich? Aha. Und du beschwerst dich, dass ich weniger schaffen würde? Du Schnecke. So. Senkt mal alles ab hier. So. Willst du alles absenken? Brauchst nur eins absenken. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Sagt euer Michi. Und Waller. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.